ein video steht wieder vom programm drei wochen sind wieder rum und wir gucken da direkt rein was so bei mir sich getan hat einige sind so ein bisschen frustriert auch ich hab da jetzt ein bisschen bei einer game week wenn wir dann sehen mir gedacht irgendwo ist jetzt mal so ein bisschen die grenze erreicht und so er muss sich da was einfallen lassen aber da wird auch ein video und separates gehen wo ich mir gedanken mache wir in welche richtung so er sich bewegen müsste die zahlen von so er managern stagniert schon wieder das ist eigentlich kein gutes zeichen deswegen da muss man mal nicht ein bisschen gedanken machen gibt dann noch eine positive news die kann ich gleich jetzt eigentlich sagen so er hat jetzt erlaubt den mitarbeitern auch so er zu spielen das war bis dato verboten ich finde es gut war so können sie das spiel besser kennenlernen und sie können diesen frustfaktor spüren wenn du dann irgendwie 400 punkte reißt und dann vielleicht sogar nur eine tier 4 tier 5 karte gewinnst und ja vielleicht die ein oder andere änderung vielleicht in die wege leiten deswegen geht es gar nicht darum dass da neues geld in die karten gepumpt wird so viel glänke ich jetzt auch nicht sein denkt mal so ein mitarbeiter wird auch kein vermögen verdienen klar nicolas julia als ceo wenn er da jetzt mitspielen wird er hat vielleicht bisschen mehr budget aber die werden jetzt auch keine millionen reinbomben dementsprechend meiner meinung eine gute nachricht und da wird auf jeden fall ein separates video geben wo ich meine gedanken darüber teile also springen wir jetzt nun ins recap ein und zwar gab es da die letzte länderspiel woche da wo dann ein paar spiele waren da habe ich mir auch einiges mehr auf am ende gab es die fünf dollar hier in den trainings mode und kept 270 absentee 4 karte viel konnte man nicht aufstellen natürliche kept 240 durch ein bisschen wie herr anguys wurde nur eingewechselt am ende haben jetzt 30 punkte gefehlt klar raffinia oder sowas in der richtung schlagen aus schlager mit dem clean sheet in der 90 92 minuten das gegentur kassiert mit dem clean sheet und anguys wenn er von anfangen gespielt hätte wäre auf jeden fall mehr drin gewesen und auch baumgarten hat ein bisschen weh getan dadurch dass der sich anscheinend im training verletzt hat und somit mir zwei lineups gecrasht hat ist so einer der lieblingsspieler von rangnick im normalfall wäre er mindestens eingewechselt worden hat mich schon ziemlich gewundert dass er nicht zum einsatz kommt seidel haben sie dann eingewechselt ja kann man mal machen und ansonsten wöber auch überraschenderweise nicht in der starthilfe gewesen hat sich am ende ausbezahlt durch das österreich gewonnen hat aber trotzdem für mich war es halt nicht so optimal kriege rutsch mit dem tor also die aufstellung hat einige experten überrascht hier gab es dann nicht viel zu holen auch hier über über und baumgarten waren so die line-up crasher dieser team ruhig hier 53 punkte die dann gefehlt haben 326 für die gesamtwertung mal gucken wie weit ich da kommen glaubt im motor auf kurs von der tier 4 karte in dieser gesamtwertung da auch gerne die kommentar schreiben wie es bei euch da aktuell läuft ob da irgendeiner ganz ganz oben mit mischt ja bei diesen academy modes auch hier wieder knapp dran gewesen hier waren mal 19 punkte beim nächsten waren es auch irgendwie nur sechs punkte und dann nochmal 5 dollar einzusacken er hätte ich gerne mitgenommen champion america 23 punkte gefehlt da war eine gute chance of rewards also das war jetzt nicht viel 226 punkte am ende mit 250 punkten wer so locker in die rewards gekommen aber da haben hat halt keiner gezündet im prinzip lucas chavez 0 zu 1 verloren ansonsten die anderen spieler alle sehr schwach hatte so ein santos offensiv stack mit mendoza furge und lukas dem 0 zu 3 zu hause verloren also komplett desolat gibt es 170 in die tier 4 karte bin ich noch ausgerutscht aus der tier 3 karte moriki mit der roten karte die war schon ein bisschen sehr merkwürdig wenn er über berührt hat also ein bisschen bitter die rote karte gewesen relativ unnötig habe ich auch oft gesehen dass dann gar nichts gab dann halt die 5 dollar hier hier geil kato da wird auch noch ein video kommen wie ich bestimmte spielers korte ich glaube den meisten wird bei berg kato der ist aktuellen kolumbien spielt nicht so viele sagen das court extrem stark für zwei euro oder sowas geholt in der stürmer karte natürlich braucht man so ein bisschen glück ist jetzt nicht so dass ich ein wundergruppen aber muss schon in die richtige richtung denken und ab und zu hat man ein glück ab und zu verletzt sich eine solche da habe ich jetzt mehrere karten gekauft spekulativ das hat die champions league spiele spielt und was passiert dann halt er verletzt sich da kannst du nichts machen am endeffekt und hier gab es dann nichts das war in dieser game rück dann die game rück 407 das wochenende darum wieder die zahlen die hohe geschnallt sind man sieht hier alleine bei mir schon martins lewandowski harshi ok alle mit einer 100 brux lernen ja mal zu mir ist den habe ich nicht mehr so eine alte common card sein dementsprechend die ganzen amateurbewerbe da habe ich eigentlich nur ein bisschen experimentieren ich will etwas ausprobieren jetzt eine statistik gesehen 70 prozent aller manager am erling harland ausgewählt ich bin auch ein riesen erling harland fan also bei dem werde ich wahrscheinlich auch bleiben aber bestimmte statistiken spieler die häufig ausgewählt werden vielleicht ein bisschen weg von dem ganzen gehen und so ein bisschen kreativer sein bei einigen karten man gewinnt ist schon sehr seltener worte aber wenn hat man die größte chance meiner meinung nach wenn mal die großen teams großen spieler mal aussetzen da muss ich so ein bisschen die strategie ändern ihr seht amateur lief diesmal eh nichts die trainingsbewerbe waren auch nicht so wirklich spannend allstar relativ durchwachsen alle haben so ein bisschen was gespielt aber keiner großartig was braucht außer seco kräuter hoffe ich mal dass er bald irgendwann der startausstellung ist hier aber auch nicht viel gab 270 bono hat nicht gespielt dürfen nur fünf ausländer in dieser champions league spielen lassen ja am ende haben sie in der letzten minute den ausgleich erzielt hätte ich denen gegönnt die niederlage im endeffekt all hilal wenn sie meinen sie müssen nur mit superstar spiel ansonsten wäre hier ja auch nichts gegangen selbst wenn er gespielt hätte ja der große threshold dank und klanglos vorbeigeschreitert ist leucht die letzte option gewesen die vorletzte option mit 250 punkten danach gibt es ja die neue änderung auf 280 punkte auch da wird es ein video geben wenn ich so ein paar erfahrungswerte weil ich will mich da nicht so weit aus dem fenster lehnen und in fernen theorien schwelgen ohne der großartige ja praxis beispiele zu haben ja auf jeden fall hier eben drei gegenteuer wieder zwei gegenteuer wieder von wattens guckernich 30 punkte er der meider erfolglos gewesen beim 1 0 ja eigentlich nicht so wirklich spannend friedl sogar mit 49 punkten obwohl er sehr sehr schlecht gewesen sein soll und in der ersten halbzeit ausgewechselt wurde hier bei den trainingsteams aber auch nicht viel mls pro camo miller fünf gegentor griff habe ich bisschen falsch aufgestellt der zwei assists geliefert bei der hinterlage in dortmund dann hier pacheco drei gegentreffer second division somit hier auch nicht viel drin braucht man immer unter 350 punkte jetzt schon los champion asia sehr schwierig voraus zu sagen wer halt wo ein spiel auch seo jung wo hat plötzlich nicht gespielt ja da kannst du nichts machen kleiner trash holt den haben wir eingesammelt das mal was positives sollte man nie auslassen auch fertig rufen dem assist stöger mit dem tor das war schon mal grundsolide ansonsten hier gehabt 270 da habe ich kein torhüter gehabt auch hier lukas guggernick ja hätte ich den stadt seinen bruder in den cap 240 reingetan dann wäre es sich wahrscheinlich knapp ausgegangen french leg pro das mit marquinhos verwurmt mir extrem diese rotation mal spieler mal spieler nicht weiß nicht was da wirklich so im busch ist in der liga war ein bisschen enttäuschend die ausgangsposition war echt genial mit reikowitsch valiant mit dem 1 0 sieg und dann kommt halt eben nichts zusammen also atletico 3 zu 0 verloren eigentlich schon alles gegessen und majoral als kapitän beim 3 zu 2 sieg auch kein decisive score gemacht somit auch nichts spannendes hier champion europe academy legenden also ihr seht viel kraut und ruhig auch hier champion america habe ich mir irgendwie erhofft auf rewards jagd gehen und dann spielt day joe mannett camel miller eben halt komplett ausgesetzt und bond auch vier gegentore war also auch nicht so toll champion europe hier eigentlich auch falsch aufgestellt hier hatte ich zuerst christensen drin dann hat es vielleicht nicht fit ist habe ich ein wenig reingetan ist relativ bitter im club christian sette 70 80 punkte mit wärme fast in die überhaupt die 34 karten reingerutscht und emre can momentan auch so ein bisschen außer form tut so ein bisschen weh u23 da haben sechs punkte gefehlt ein fehler von früchte ist eigentlich alles gewesen alle anderen haben eigentlich relativ solide performt kann man nicht sagen und wenn früchte da jetzt nicht irgendwie ein fehler gemacht hat eigentlich gegen hartberg das war eigentlich schon ein spiel was machbar gewesen wäre vielleicht für 0 zu 0 ist auf jeden fall eine vertane chance gewesen challenger europe hier haben neun punkte gefehlt 360 punkte und du bist leer aus das fangt schon mal so an in die richtung wo man halt nicht wirklich zufrieden ist auch hier mit 350 punkte gibt es auch keine fünf dollar geht sie nicht aus aber klar am wochenende ist es relativ schwierig all star dass du so ein bisschen weh hätte ich mir eigentlich nicht so viel erwartet 14 punkte am ende für einen report er gefehlt hat 350 punkte waren einfach zu wenig boah ja mal überall auch hier bei drei toren hätte irgendwo mal den fuß hinhalten können dass mal da irgendwas rauskommt wie ihn wenn dann irgendwie vielleicht 20 punkte mehr gewesen dann wäre es wenn es das reward gewonnen rare karten nehme ich ja immer gerne und auch hier bin ich aus den rewards rausgerutscht um 3,7 punkte und leim kelly eventuell wenn die daher irgendwie mehr punkte geholt hätten ist ein bisschen bitter gewesen bundesliga provides unspannend obwohl auch 320 punkte da war der letzte spieltag dann mit frank honorar mit glattbach gegen darmstadt da habe ich mir so ein bisserl als kapitän von ihm mehr erhofft macht er auch die ganzen standards eigentlich bei drei treffern da hätte er schon irgendwas machen können wenn man vielleicht sogar noch reingerutscht also als kapitän und decisive wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen serie pro limited war auch kraut und rüben und bei premier league pro bin ich ihnen tier 4 reword reingerutscht obwohl ericsson nur 40 punkte geholt aber mein gold junge kolo selbst gehört hier über 80 punkte holt als kapitän haben wir noch leno der mit dem clean sheet das habe ich eigentlich recht gut erwischt normalerweise stelle ich ja immer neto auf wogegen liverpool hat sich nicht wirklich angeboten und als joker karte habe ich 3p genommen somit gibt sie eine tier 4 karte und 5 dollar er sieht da waren die gamewicks relativ durchwachsen dafür war diese gameweek ein ticken besser obwohl ich wie ihr hier seht den kleinen threshold verpasst habe also ich mag die midweeks im prinzip sehr sehr gerne da ist immer was möglich aber hier den kleinen threshold verpasst eigentlich relativ klar kürzerlich verletzt ausgewechselt in der halbzeitpause ein bisschen unglücklich gewesen auch streletz gegen klacks weg der ich extra kapitän ausgewählt kennt wo er keine assist ein bisschen glück braucht man halt auch haben wir auch nur so ein bisschen rumpf den langen schritten lang hat mir hier die line ups reihenweise gecrasht der wurde geschont tut natürlich weh vor allem wenn man sieht dass das spiel 0 zu 0 ausgeht und ansonsten kept 240 wer ist ja komplett in die binsen gegangen irgendwie stelle ich bei kept 240 immer die falschen auf der meider wurde nur eingewechselt höfler gespielt aber noch so der einzige lichtblick jonathan bond auch jetzt hier wieder drei gegentor obwohl sie gewonnen haben haben das spiel gedreht ob 3 und sie waren sie hinten dann noch 4 zu 3 gewonnen sie alles auch nicht welt bewegend sehr schlechtes kurs also hier waren wir richtig meilenweit 105 punkte von den 50 dollar entfernt und dann hier auch nicht spannendes schackieren mit einer roten karte chicago komplett am sand 3 zu 0 niederlage man hat es probiert mls pro limited ist so ein bewerb irriskie da immer nur ein bisschen lucky irgendwelche team stacks rein wie sie es halt ausgeht kept 120 ging halt auch nichts aber auch sie ist drin eigentlich so ein bisschen der line-up crushers in ellis mit seiner leistung schlage war schon ziemlich cool erwischt nissan und jimiro war auch gehen trapp irgendwo habe ich mir hofft dass die vielleicht zu null gewinnen das ist knapp wird habe ich mir schon gedacht irgendwie so ein 102 21 kannst du nichts machen hier auch ein einzahl gefehlt für die 5 dollar champion america war auch komplett desolat vor allem die ausgangsbasis war nicht schlecht mit charles mit dem clean sheet und wir auch 92 punkten im endeffekt aber hier was kurs hat nichts gerissen hätte ich mir das hofft eigentlich als kassiver und charles sehr so in diesem regen aber auch okay eigentlich was kurs ist eigentlich der neben william die hier viel viel mehr eigentlich können punkte technisch wenn man so kennt und hier eben wie ihr seht long kaps absoluter line-up crasher ich habe den sogar das kapitän ausgewählt da hat kokorin tor gemacht wann over am der habe ich gescoutet für zwei euro und die karte durch sieben euro oder acht euro gekostet spielt jetzt bei maccabi heifer das heißt ich habe meine sechs spiele die nicht spielen kann der kann immer wieder nach holland zurückkehren also mehrwert hoch 10 und mit kim und wann genauso der könnte immerhin nach südkirr zurückkehren das jetzt sein und katar oder so ähnlich mit dem clean schilder long long selbst wenn bond jetzt sich drei gegen tor kassiert hat long als kapitän bei der sonne clean sheet da wäre schon einiges mehr gegangen u23 war in summe solide campana hätte von anfang an angeblich spielen sondern nämlich zu sehr auf play sharper verlassen 4 zu 0 haben sie gewonnen aber ohne irgendwelchen beitrag von campana wäre aber eh hängt geworden 47 punkte war für den reward war man eigentlich eh relativ chancelos das weiß auch nichts spannendes in dem line-up genauso hier eigentlich nur zum xp farmen champion europe r ist cool das keller her jetzt die europa cup spiel anscheinend spielen wird das ist auf jeden fall ein mehrwert wo welchen versuche zu verkaufen da der preis den preis gut gestiegen ist aber angebot und nachfrage da muss auch mal irgendeiner anbeißen auf jeden fall cool dass ich jetzt sechs spiele mehr haben mit einem toy tenor champion asia auch hier wieder komplett kreuz und rüben akimoto sowieso der beste der wird eingewechselt zur halbzeit und danach nach 15 minuten ausgewechselt und hat noch davor 11 meter verursacht kannst du nicht viel sagen dazu man die auch ganz gut den habe ich vorsichtshalber einfach nur mal hier reingesteckt weil ich nicht sicher war über spielt neuer trainer aber ja das mal bjoll halt mit 38 jahren nicht mehr der jüngste ist und irgendwie mal ersetzt werden muss habe ich so ein bisschen darauf spekuliert mal gucken ob das aufgeht afrika cup ist auch bald dementsprechend kann man den gut gebrauchen hat gleich 13 euro sowas gekostet um den dreh second division europe auch hier nicht wirklich viel spannendes rote karte von rodon tut so ein bisschen weh weil er sehr sehr gut squat trotz roter karte noch immer 38 punkte der geht schon noch immer konstant auf die 60 immer rein und ist nationalspieler von wales somit auch manchmal wichtig aber ja was wirst du machen dann hier die fünf dollar in trainings mode relativ solide eingesagt klar kreuz hätte noch mehr punkte machen können aber das bringt einem eh nicht viel hauptsache man rutscht unter die top 500 und cap 270 hier gibt es eine rare karte viele kritisieren dmitrovic ich fand den relativ gut in dem spiel gegen lance hat da einige gute praten gehabt man kann auch sagen dass er vielleicht angeschossen wurde in summe war auf jeden fall gut dem belie mit dem starken score hat keine design selbst gehabt und trotzdem 70 punkte also ich hatte damals wie er verletzt war bei barcelona mit zwei karten geholt eine mit guten gewinn geholt das heißt jetzt spiele ich die zweite fast schon kostenlos die werde ich auf jeden fall langfristig halten weil das ist schon ein monster was der an all round scores rausschießen kann und absoluter game changer rief auch genial bin ich auch froh dass ich den im sommerloch günstig schießen konnte isco genauso und gott sei denn hat auch hier marquinhos jetzt gespielt weil in der letzten game week da und muss wahrscheinlich geschont gewesen sein oder vielleicht angeschlagen tier 3 karte nehmen wir auf jeden fall mit champion europe hier eben auch kritik punkt wo wir ein video machen werden fast 410 punkte und dann gibt es ja mittlerweile mit acht und krach nicht hier vier karte also 13 punkte auf die 3 gefehlt und ich habe sogar schwitzen müssen dass ich nicht in die tier 5 ränge rausrutsche also mit 410 punkten schon ein bisschen der gewöhnungsbedürftig eine tier 3 karte hätte ich schon noch gesagt okay von mir aus aber da richtung tier 5 karte gehen da muss ich echt so lange was einfallen lassen 400 punkte ist schon etwas wo man ein bisschen mehr erwarten wird dann dafür umgekehrt challenge europe hier scheint es durch die ganzen überraschungserfolge die ganzen rotationsgeschichten die halt in den europa cup gruppenphasen sind weil einige top teams nehmen diesen bewerten nicht so wirklich ernst kannst du nicht sagen hier wieder mein johres van overen den hatte ich als kapitän sogar ausgewählt im gegen den isländischen club gespielt dann aslak vitri der euch rausgepickt der spielt irgendwo in bulgarien bei ludokoretz auch ganz stark 4 zu 0 und schlager eine sahnepartie hat gegen benfica habe ich noch schwitzen müssen dass die nicht dann noch irgendwie in anschlusstreffer machen kräuter dafür nur eingewechselt das haben wir so ein bisschen gestört und dem hierbei kann man nichts sagen in summe die zwei braucht man excelin absolut top und dementsprechend gucken wir uns die rewards an in der premier league gab es eine 3d karte ist mit meiner erste 3d karte gerne in die kommentar schreiben wie findet ihr diese karten also ich habe mir so ein bisschen mehr erwartet ich bin disco channel gelesen dass einer gedacht hatte dass hier hinten irgendwelche informationen über den spieler stehen würden das wäre auch natürlich nice gewesen ich habe mir irgendwie gedacht dass das bild hier ein bisschen 3d reflektieren da ist also der körper dass man das dann dreht dass ich das so ein bisschen weiß nicht wie man das jetzt nennt so ein 3d dicker wie man es halt geht von irgendwelchen überraschungseiern oder irgendwelchen bildheftchen in summe ist okay aber trotzdem der hype dem ist es meiner nicht gerecht geworden weil sowas kann ja mittlerweile jede nfc plattform aus taiwan und sonst wo indien erstellen ist jetzt kein hexenwerk das hätte sie von anfang auch schon haben können ansonsten map eigentlich relativ solide ist ein spieler der nationalteam für wales spielt seine scores mal gut mal schlecht aber ihr seht nationalteam ist immer wieder eine bank neben rodon gesetzt und im team hier bei brown maus glaube jetzt irgendwie verletzt ausgefallen beim beim länderspiel gegen lettland wenn ich das richtig mitgekriegt habe in summe ist es okay über den wert brauchen wir nicht reden und auch hier gab es dann und auch hier gab es eine premier league karte john egan essen ihre auch nationalspieler freut mich umso mehr auch hier eine 3d karte ist in summe okay das koste technische erwarte ich nicht viel scheppelt united kann man vielleicht hoffen wenn die da absteigen dass man dann wieder solche scores hat wie in der zweiten liga aber im nationalteam hier wie gegen frankreich 60 punkte ist schon sehr sehr stark wenn man so eine karte hat hier ging in frankreich auch noch mal 53 also gerade für die länderspieler finde ich die karte relativ nutz nützlich ja dann kommen wir zu den aktuellen rewards die coins haben wir schon aufgemacht und die 5 dollar auch und dann gucken wir uns an was wir dafür karten und haben europa champion 410 punkte ich bin mal gespannt was wir da rauskriegen verteidige ich glaube ort ist auf jeden fall einer mit dem ich nicht viel anfangen werde was gar nicht spielte wird im nationalteam übernortes maximal da wäre es interessant ihn zu verkaufen persönlich bin da jetzt kein fan von ihm ist jetzt eben für 410 punkte eben das was ich meinte dann kriegst du so eine karte mit der du nicht viel anfangen kannst hier haben wir matteo gabia ist nicht verkehrt das war die jabel einsetzbar auch als linksverteidiger eben neuer trainer neue chancen und natürlich rückkehr nach italien immer möglich cool ist auch das jetzt wieder 3d karten gegeben hat das ist immer so ein wert ein bisschen besser um die dann auch verkaufen zu können und hier bin ich auf jeden fall mal gespannt hier hoffe ich mir auch schon eine wertvollere karte in holländer stürmer ist auf jeden fall nicht verkehrt hat sich mal und ernest poku 19 jahr alt das klingt schon mal gut auch hier eine 3d karte ist auf jeden fall nicht verkehrt also auf ersten blick poku und gab ja sehr brauchbar und ort jetzt ja dann mal gucken wegen den länderspielen und gucken wir rein bei ordet wir sehen es koste keine länderspiele das heißt nationalspiele ist anscheinend keiner ist natürlich doof aber von uns kurs hat er recht gut gepunktet das heißt kann man vielleicht ein bisschen was daraus machen 283 4 euro um die drei euro kann man da vielleicht aus dem herausdrücken denkmal bei so ein spieler ist nicht viel mehr möglich preislich und bochum jetzt nicht das übertrüber team matteo gab ja gucken wir mal rein ist noch ein u23 spiel auch mal gut und was sehen wir hier im prinzip hass wie die denn gescoutet haben dort eigentlich in italien nicht wirklich viel gespielt da hat ein bisschen was gehabt top von 18 milan ist gekommen oder genau die ersten spiele waren nicht mehr so verkehrt preislich brauchst du nicht viel mit dem anfang ist ein junger spieler der wird bleibt auf jeden fall in der gallery da weißt du nie was mit dem noch passieren kann ernest poku auf dem ich sehr sehr gespannt ich sage mal so ist ein junges talent ist ein stürmer preislich ist es auf jeden fall sehr solide was wieder sehen was mich interessieren werde wie viele karten es von ihm gibt ob da der preis vielleicht noch weiter fallen wird und vielleicht ist sinnvoll werden zu verkaufen 440 karten wo sie mal überlegen vielleicht ihn zu verkaufen der preis ist relativ gut spielzeit hat er jetzt nicht viel ja da muss ich mir so ein bisschen in ihn rein fuchsen was da wirklich im kader los ist mit alt mal eigentlich relativ wenig befassen lässt tatsächlich nur den toyota matthew ryan ansonsten waren mir die alt markarten immer so ein bisschen overhyped und deswegen habe ich da ein bisschen die finger davon lassen könnte wird schon sogar einer seine nicht verkaufen muss man noch überlegen somit in summe waren das in drei game weeks die waren okay ein großer threshold werden natürlich nice gewesen da wäre die laune ist sicherlich viel viel prückelnder gewesen aber ja klar ein paar kleinere trash holzern dabei waren jetzt insgesamt 15 dollar ein paar kleinere karten dabei eben wie ort jetzt dann die zwei premier league spieler weil die aus der premier league einen für mich einen guten mehrwert haben als nationalspieler ort jetzt zum beispiel nicht gab es jung kann man auf jeden fall halten und poko da muss ich mir ein bisschen den kopf zerbrechen ob ich den verkaufe und versilbere preislich ist er relativ gut oder ob ich den vielleicht halte und ein bisschen die snappy tiger strategie fahre also auf jeden fall gerne in die kommentare schreiben was denkt ihr über ernest poko werden ein bisschen insider infos bei alkmaar hat so ein bisschen sich mit dem verein besser befasst als ich gerne reinschreiben ob ich den halten soll oder verkaufen und auf jeden fall vielen dank fürs zusehen und wenn dir das video gefallen hat gerne ein like da lassen und dann bis zum nächsten mal